Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video lernen wir, wie man diesen wunderschönen Schal hegelt, welcher gar nicht schwer ist. Das Muster besteht aus drei Reihen, die wir stets wiederholen und wir arbeiten es versetzt. Wenn wir mit der dritten Reihe beginnen, starten wir gleichzeitig auch mit dem nächsten Musterrapport und arbeiten diesen dann versetzt. Wir haben dieses Muster bereits schon im Kanal als Dreieckstuch und da es wirklich sehr, sehr schön ist, habe ich gedacht, häkeln wir das auch in Reihen. Ich habe hier auch eine kleine Bordüre gehäkelt. Diese ist auch nicht schwer und passt, denke ich, sehr, sehr gut zu dem Muster. Mein Schal hat eine Länge von ca. 2 Metern und eine Breite von ca. 30 cm. Ihr könnt euren Schal natürlich so lang und so breit häkeln, wie ihr es mögt. Schauen wir uns an, wie das Ganze gearbeitet wird. Die Wolle, die ich heute verwende, gehört zu meinen absoluten Favoriten, weil sie sehr angenehm auf der Haut ist, weil sie sich sehr gut verarbeiten lässt und weil sie super angenehm weich ist. Sie besteht aus 70% Schurwolle, super fein Merino und 30% Polyacryl. Und an dieser Stelle möchte ich mich erstmal ganz herzlich beim Onlineshop Wollehalle Hand- und Maschinenstrikane bedanken für diese wunderschöne Wolle. Wollehalle ist wie gesagt ein Onlineshop, in dem ihr nicht nur eine Schurwolle Mischung, so wie meine hier findet, sondern auch Baumwolle oder Baumwollmischung, 100% Schurwolle, Bamboo, Viskose oder Angora. Und das Sensationelle sind die Preise. Es sind wirklich super gute Preise und es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen und zu stöbern. Ich bin mir sicher, ich werde garantiert für dich. Es sind traumhaft schöne Farben und wie gesagt die Preise sensationell. Unter diesem Video findet ihr den Link zum Onlineshop Wollehalle sowie den Link zu deren Facebook-Gruppe. Ich habe meinen Schal bereits schon gehäkelt, das heißt, dass es noch Restwolle und das bedeutet, dass wir diese traumhaft schöne Wolle garantiert noch in einem anderen Video sehen werden. Für meinen Schal habe ich Nadelstärke Nr. 3 verwendet. Schauen wir uns an, wie der Schal gearbeitet wird. Meinen Schal habe ich mit 70 Luftmaschen gestartet und für unser Musterbeispiel jetzt hier habe ich 30 Luftmaschen gehäkelt. Das Muster ist wie gesagt teilbar durch 5, ich habe es mal 6 genommen und ich habe hier bereits 30 Luftmaschen gehäkelt. Jetzt kommen noch 3 Luftmaschen dazu. 1, 2, 3. Ich überspringe die 3 Luftmaschen, die ich gerade gehäkelt habe und in der 4. häkle ich ein ganzes Stäbchen. 3 Luftmaschen leer lassen, ein Stäbchen in der 4. Luftmasche häkeln. Die 3 übersprungene Luftmaschen zählen wir als ein ganzes Stäbchen und in der nächsten Masche haben wir noch ein ganzes Stäbchen. Jede Reihe startet immer mit 2 ganzen Stäbchen und endet mit 2 ganzen Stäbchen. Jetzt einen Solomon-Knoten häkeln. Dafür ziehen wir die Schlinge etwas länger. Mittelfinger und Daumen sind zwischen der Schlinge und dem langen Faden. Nun hole ich hier den langen Faden durch die Schlinge und zwischen der Schlinge und dem Faden ist eine kleine Lücke entstanden. Ich steche in diese Lücke ein und hole den Faden durch die Lücke nach vorne. 2 Schlingen sind auf der Nadel. Den langen Faden durch diese 2 Schlingen ziehen. Und der Solomon-Knoten ist fertig. Wir überspringen die nächsten 4 Luftmaschen und in der 5. häkeln wir 5 ganze Stäbchen in derselben Masche. 1, 2, 3, 4 Luftmaschen überspringen in der 5. 5 ganze Stäbchen häkeln. 1, 2, 3, 4 und das 5. Stäbchen in derselben Masche. Und wieder einen Solomon-Knoten. Wir ziehen die Schlinge etwas länger. Mittelfinger und Daumen sind zwischen Schlinge und langen Faden. Jetzt den langen Faden durch die Schlinge ziehen. In die Lücke einstechen, die entstanden ist und den Faden durch die Lücke nach vorne ziehen. Nun den Faden durch beide Schlingen ziehen, die auf der Nadel sind. Wir überspringen die nächsten 4 Luftmaschen und in der 5. häkeln wir eine feste Masche. 1, 2, 3, 4 Maschen bleiben leer. In der 5. eine feste Masche häkeln. Und das ist unser Musterrapport der ersten Reihe. Und nochmal. Einen Solomon-Knoten. 4 Luftmaschen überspringen. In der 5. 5 ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. 1, 2, 3, 4. Ich steche in die 5. Luftmaschein und häkel 5 ganze Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und das 5. Einen Solomon-Knoten. 4 Luftmaschen überspringen. In der 5. eine feste Masche. 1, 2, 3, 4. Ich steche in die 5. Luftmasche ein und häkel hier eine feste Masche. 1, 2, 3, 4. Ich steche in die 5. Luftmaschein und häkel 5 ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. 1, 2, 3, 4. Ich steche in die 5. Luftmaschein und häkel 5 ganze Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und das 5. Stäbchen in derselben Masche. 1, 2, 3, 4, 4. Ein Solomon-Knoten. Und ich beende die Reihe mit 2 ganzen Stäbchen in der letzten Masche. Das erste und das zweite Stäbchen. So, die erste Musterreihe ist fertig. Ich wende meine Arbeit und starte mit drei Luftmaschen und diese zählen wir als ein ganzes Stäbchen und noch ein ganzes Stäbchen in der nächsten Masche. Die Reihen starten und enden wie gesagt immer mit zwei ganzen Stäbchen. Einen Solomonknoten und wir gehen zu den fünf ganzen Stäbchen. Wir überspringen den Solomonknoten der letzten Reihe und gehen zu den fünf Stäbchen. In jede Masche eine feste Masche häkeln. Ich steche in die erste Masche ein und häkel eine feste Masche. In der nächsten Masche die zweite feste Masche. In der nächsten Masche die dritte. In der nächsten Masche die vierte. und in der nächsten Masche die fünfte feste Masche. Jetzt häkeln wir zwei Solomonknoten. Der erste und der zweite. Ich überspringe die Solomonknoten der letzten Reihe und gehe zu den nächsten fünf ganzen Stäbchen. Und auch hier in jede Masche der Stäbchen eine feste Masche häkeln. Ich steche in die erste Masche ein, häkel eine feste Masche. In der nächsten Masche die zweite feste Masche. In der nächsten Masche die dritte. In der nächsten Masche die vierte. Und in der nächsten Masche die fünfte feste Masche. Und wieder zwei Solomonknoten. Der erste und der zweite. Ich überspringe die zweite. Ich überspringe die zwei Solomonknoten der letzten Reihe und gehe zu den nächsten fünf ganzen Stäbchen. Und auch hier in jeder Masche eine feste Masche häkeln. Eine, die zweite feste Masche, dritte, vierte und die fünfte. Einen Solomonknoten. Und ich beende die Reihe mit zwei ganzen Stäbchen. In der Masche des ersten Stäbchens ein neues Stäbchen häkeln. Und in der dritten Luftmasche ein zweites ganzes Stäbchen. Und so sieht das Ganze bis jetzt aus. Wir haben hier am Anfang und am Ende jeweils einen Solomonknoten gehäkelt. Dann die fünf festen Maschen und zwischen den Stäbchen zwei Solomonknoten. Am Anfang haben wir einen Solomonknoten, damit das Ganze nicht auseinander geht. Wir wollen eine gerade Linie für unseren Schal haben. Und in der Mitte zwei Solomonknoten. Wir häkeln jetzt die dritte Musterreihe, die genauso wie die erste ist, allerdings dieses Mal versetzt. Ich starte wieder mit drei Luftmaschen. Und diese zählen wir immer als ein ganzes Stäbchen. Und in der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. einen Solomonknoten. Ich überspringe den Solomonknoten der letzten Reihe und gehe zu den fünf festen Maschen. In der dritten festen Masche häkel ich eine neue feste Masche. Eins, zwei Maschen überspringen. In der dritten eine feste Masche häkeln. Und wieder einen Solomonknoten. Und jetzt häkeln wir die fünf ganzen Stäbchen. Und diese häkeln wir in der Masche, die die zwei Solomonknoten der letzten Reihe zusammenhält. Hier ist der erste. Hier haben wir den zweiten Solomon. Und in der Mitte ist die Masche. Und in dieser mittleren Masche fünf ganze Stäbchen häkeln. Ich steche in die Masche ein und häkel das erste Stäbchen. Das zweite Stäbchen in derselben Masche. Ein drittes Stäbchen in derselben Masche. Ein viertes Stäbchen. Und ein fünftes Stäbchen in derselben Masche. Einen Solomonknoten. Ich überspringe den Solomon der letzten Reihe und gehe wieder zu den festen Maschen. In der dritten Masche eine neue feste Masche. Eins, zwei. Ich steche in die dritte Masche ein und häkel eine feste Masche. Und wieder einen Solomonknoten. Und ich gehe in die mittlere Masche, die zwischen den Solomonknoten ist. Wieder in diese Masche fünf ganze Stäbchen häkeln. Ich steche in die Masche zwischen den beiden Solomons ein und häkel. Ein ganzes Stäbchen. Ein zweites Stäbchen in derselben Masche. Ein drittes Stäbchen. Ein viertes Stäbchen. Und ein fünftes ganze Stäbchen in derselben Masche. Einen Solomonknoten. Und wir gehen zu den nächsten festen Maschen. In der dritten Masche wieder eine neue feste Masche häkeln. Eins, zwei. Ich steche in die dritte Masche ein und häkel eine feste Masche. Einen Solomonknoten. Wir überspringen den Solomon der letzten Reihe und gehen zu den ganzen Stäbchen. Auch hier häkeln wir wieder zwei neue ganze Stäbchen. das erste und das zweite. Und so sieht das ganze bis jetzt aus. Jetzt wende ich meine Arbeit. Ich starte wieder mit drei Luftmaschen und ein ganzes Stäbchen in der nächsten Masche. So, hier hatten wir jetzt drei einzelne Solomons gehäkelt. In jeder der Reihen ein Solomon. Nun häkeln wir zwei Solomonknoten. Und in diesen zwei Solomonknoten arbeiten wir das Muster dann in der nächsten Reihe wieder versetzt. Also dreimal je einen Solomonknoten und jetzt zwei Solomonknoten. In der vierten Reihe zwei Solomonknoten. Der erste und der zweite. Ich überspringe die Solomonknoten der letzten Reihe und gehe zu den fünf ganzen Stäbchen. In jede Masche der Stäbchen häkeln wir eine feste Masche. Ich steche in die erste Masche ein und häkle die erste feste Masche. In der nächsten Masche die zweite feste Masche. In der nächsten Masche die dritte. In der nächsten die vierte. Und in der nächsten Masche die fünfte feste Masche. Und wieder zwei Solomonknoten. In der ersten und der zweite. Es ist hier bei uns jetzt ganz, ganz heiß und da will die Wolle nicht so, wie sie soll. So, ich überspringe die nächsten zwei Sollen und der letzten Reihe und gehe zu den nächsten fünf ganzen Stäbchen. Auch hier in jede Masche eine feste Masche häkeln. In der nächsten Masche eine feste Masche, in der nächsten Masche eine feste Masche und in jeder Masche eine feste Masche. Und wir haben wieder fünf feste Maschen. Zwei Sollen und Knoten, der erste und der zweite. Ich überspringe die zwei Sollen und Knoten der letzten Reihe und gehe zu den Stäbchen. Und auch hier beende ich die Reihe mit zwei ganzen Stäbchen. In der Masche des Stäbchens ein neues Stäbchen und in der dritten Luftmasche das zweite ganze Stäbchen. So, und das ist eigentlich schon unser Muster. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir häkeln diese vier Reihen noch einmal zusammen. Das heißt, wir starten jetzt ganz normal mit der ersten Reihe hier. Und deshalb haben wir am Anfang der vierten Reihe und am Ende der vierten Reihe zwei Sollen und Knoten gehäkelt. Weil in der ersten Reihe hatten wir die zwei ganzen Stäbchen, einen Sollen und dann die fünf ganzen Stäbchen in derselben Masche. Und das machen wir jetzt hier auch. Wir starten mit den zwei ganzen Stäbchen, einen Sollen und in der Masche zwischen den Sollen und häkeln wir die fünf ganzen Stäbchen in derselben Masche. Häkeln wir die erste Reihe noch einmal zusammen. Jetzt wende ich wieder meine Arbeit und starte die erste Musterreihe mit den drei Luftmaschen. Und hier sind die zwei Sollen und Knoten der letzten Reihe. In der mittleren Masche, die diese beiden Sollen zusammenhält, hägele ich jetzt fünf ganze Stäbchen in derselben Masche. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Einen Sollen und Knoten und hier sind die fünf festen Maschen der letzten Reihe. Ich überspringe die ersten zwei und in der dritten Masche hägele ich eine feste Masche. Und wieder einen Sollen und Knoten. Und hier sind die nächsten zwei Sollen und Knoten der letzten Reihe. Auch hier in der Mitte, in der Masche, die diese beiden Sollen und Knoten zusammenhält, fünf ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. Eins, zwei, drei, vier und das Fünfzeichen. Einen Sollen und Knoten. Einen Sollen und Knoten. Einen Sollen und Knoten. Und hier sind die nächsten zwei Sollen und Knoten der letzten Reihe. Auch hier in der mittleren Masche, fünf ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier und das Fünfte. Ich beende die Reihe mit einem Sollen und Knoten und zwei ganze Stäbchen. In der Masche des Stäbchens ein neues Stäbchen. Und in der dritten Luftmasche noch ein ganzes Stäbchen. Und die erste Musterreihe ist fertig. Ich wende meine Arbeit und starte mit der zweiten Musterreihe. Drei Luftmaschen und ein ganzes Stäbchen. Jetzt einen Sollen und Knoten. Und ich gehe zu den fünf ganzen Stäbchen der letzten Reihe. In jeder Masche häkle ich eine feste Masche. Ich steche in die erste Masche ein, häkle eine feste Masche, in der nächsten Masche die zweite feste Masche, in der nächsten Masche die dritte, in der nächsten Masche die vierte und in der nächsten Masche die fünfte feste Masche. Jetzt häkeln wir zwei Sollen und Knoten. Der erste und der zweite. Ich überspringe die Sollomons der letzten Reihe und gehe zu den nächsten fünf Stäbchen. Und auch hier in jeder Masche eine feste Masche häkeln. In der ersten Masche die erste feste Masche, in der nächsten die zweite, in der nächsten Masche die dritte, in der nächsten Masche die vierte und in der nächsten Masche die fünfte feste Masche. Und wieder zwei Sollomons Knoten, der erste und der zweite. Ich überspringe die zwei Sollomons der letzten Reihen, gehe zu den nächsten fünf ganze Stäbchen. Und auch hier in jede Masche eine feste Masche häkeln. Die erste feste Masche, zweite, dritte, vierte und die fünfte. Wir bänden die Reihe mit einem Sollomons und zwei ganze Stäbchen. In der Masche des Stäbchens ein neues Stäbchen und in der dritten Luftmasche das zweite ganze Stäbchen. Es ist ganz, ganz warm hier bei uns und die Wolle gleitet gar nicht von der Hand. Wirklich richtig heiß. So, das war die zweite Musterreihe. Ich wende meine Arbeit und starte mit der dritten Musterreihe. drei Luftmaschen und ein ganzes Stäbchen. Einen Sollomons Knoten. Ich überspringe den Sollomons der letzten Reihe und gehe zu den fünf festen Maschen. In der dritten Masche häkel ich eine feste Masche. Ich überspringe eins, zwei Maschen, steche in die dritte Masche ein und häkel hier eine feste Masche. Einen Sollomons Knoten. Und hier sind die zwei Sollomons Knoten der letzten Reihe. In der Masche, die diese beiden Sollomons zusammenhält, häkel ich jetzt wieder fünf ganze Stäbchen in derselben Masche. Ich steche in die Masche ein, häkel ein Stäbchen, das zweite, dritte, vierte und das fünfte ganze Stäbchen in derselben Masche. Und wieder einen Sollomons Knoten. Und ich gehe zu den nächsten fünf festen Maschen. Auch hier in der dritten Masche eine feste Masche häkeln. Ich überspringe die erste und die zweite Masche, steche in die dritte ein und häkel eine feste Masche. Einen Sollomons Knoten. Und hier sind die zwei Sollomons der letzten Reihe. Auch hier in der Masche, in der Mitte fünf ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. Das erste, zweite, dritte, vierte und das fünfte. Einen Sollomons Knoten. Und ich gehe zu den nächsten fünf festen Maschen. Auch hier in der dritten Masche eine feste Masche häkeln. Einen Sollomons Knoten. Wir überspringen den Sollomons der letzten Reihe und wenden auch diese Reihe mit zwei ganzen Stäbchen. Und die dritte Musterreihe ist fertig. Ich wende meine Arbeit und starte mit der vierten Musterreihe und wieder drei Luftmaschen und ein ganzes Stäbchen. In den ersten drei Musterreihen hatten wir jeweils am Anfang und am Ende immer einen Sollomons Knoten. In jeder vierten Musterreihe häkeln wir zwei Sollomons Knoten, weil wir dann das Muster versetzt wieder arbeiten werden. Also der erste Sollomons Knoten und der zweite. Nun überspringe ich die zwei Sollomons Knoten der letzten Reihe und gehe zu den fünf ganzen Stäbchen. In jeder Masche häkel ich eine feste Masche. Die erste feste Masche, zweite, dritte, vierte und die fünfte feste Masche. Und wieder zwei Sollomons Knoten, einer und der zweite. Ich überspringe die zwei Sollomons der letzten Reihe und gehe zu den nächsten fünf ganzen Stäbchen. Und auch hier in jeder Masche eine feste Masche häkeln. Die erste, zweite, dritte, vierte und die fünfte feste Masche. Zwei Sollomons Knoten, einer, zwei. Ich überspringe den Sollomon der letzten Reihe und wende meine Reihe wieder mit zwei ganzen Stäbchen. Eins und das zweite häkel ich wieder in der dritten Luftmasche. Und unser Musterrapport ist komplett. Und so sieht das Ganze jetzt aus. So, nun geht's wieder los mit der ersten Musterrunde. Das heißt, wir wenden wieder unsere Arbeit. Hier sind die zwei Musterrapporte, die wir gehäkelt haben. Arbeit wenden und dann wieder zwei ganze Stäbchen, einen Sollomons Knoten und in der Masche zwischen den Sollomons die fünf ganzen Stäbchen. Einen Sollomons Knoten. Wir überspringen die ersten zwei Maschen. In der dritten eine feste Masche. Ich habe die Länge erreicht, die ich für meinen Schal haben möchte. Und jetzt werde ich noch eine letzte Abschlussreihe häkeln und dann ist der Schal auch schon fertig. Auch diese letzte Reihe starte ich wieder mit drei Luftmaschen und ein ganzes Stäbchen. Jetzt häkle ich vier Luftmaschen. Und hier sind die zwei Sollomons Knoten mit der festen Masche dazwischen. In der Masche der festen Masche häkle ich eine neue feste Masche. Und wieder vier Luftmaschen. Nun gehe ich zu den fünf ganzen Stäbchen und in der dritten Masche des Stäbchens, also in der Mitte, häkle ich eine feste Masche. Ich zähle eins, zwei, steche in die dritte Masche ein und häkle hier eine feste Masche. Und nochmal vier Luftmaschen. Hier sind die nächsten zwei Sollomons mit der festen Masche dazwischen. Ich steche in die Masche der festen Masche ein und häkle eine neue feste Masche. Und wieder vier Luftmaschen. Und ich gehe zu den fünf ganzen Stäbchen. In der Masche des dritten Stäbchens eine feste Masche häkeln. Ich überspringe die ersten zwei Maschen und in der dritten häkle ich eine feste Masche. Und das wiederhole ich jetzt bis zum Ende der Reihe. Wieder vier Luftmaschen. In der Masche der festen Masche zwischen den Sollomons Knoten eine feste Masche. Vier Luftmaschen. Ich gehe zu den fünf ganzen Stäbchen. In der dritten Masche eine feste Masche. Das machen wir bis zum Ende der Reihe. Und wenn wir hier am Ende der Reihe angekommen sind, werden wir wieder vier Luftmaschen gehäkelt haben. In der Masche der festen Masche eine neue feste Masche. Vier Luftmaschen. Und beenden die Reihe dann mit zwei ganzen Stäbchen. Die letzte Reihe ist gehäkelt. Und der Schal ist im Grunde genommen jetzt fertig. Man könnte ihn so tragen. Man kann aber auch Fransen anbringen, wenn man mag. Oder Quasten. Oder eine kleine Abschlussbondüre. So wie ich es hier gemacht habe. Und auch das geht ganz ganz einfach. Die besteht nur aus Luftmaschen und Knospen. Ich habe hier immer abwechselnd einen längeren Strang und einen kurzen Strang gehäkelt. Also einmal lang, einmal kurz, einmal lang, einmal kurz. Man kann aber auch nur längere Stränge häkeln. Beziehungsweise nur kurze. Schauen wir uns an, wie das gemacht wird. Das ist jetzt die linke Seite meiner Arbeit. Und wenn ich das umklappe, habe ich hier die rechte Seite, die gute Seite. Und hier starte ich jetzt auch. Ich steche in die erste Masche ein. Und hole mir den Faden durch die Masche. Nach vorne. Und häkel eine Luftmasche. In der selben ersten Masche eine feste Masche häkeln. Jetzt fegeln wir zehn Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hier ist die zehnte Luftmasche. Nochmal fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Nun gehe ich zurück und überspringe die fünf Luftmaschen, die ich gerade gehäkelt habe. Und steche in die zehnte Luftmasche ein. Also fünf Luftmaschen zurück und quasi in die sechste. Diese sechste Luftmasche ist meine zehnte, mit der ich gestartet habe. Ich steche in die zehnte Luftmasche ein und häkle hier eine Kettmasche. Fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Hier ist meine fünfte Luftmasche. Jetzt nochmal fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Ich gehe zurück zur fünften Luftmasche. Die fünf, die ich gerade gehäkelt habe, überspringe ich und steche in die fünfte Luftmasche ein, die ich zuvor gehäkelt habe. Nochmal fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt häkle ich eine Knospe mit vier Umschlägen. Dafür ziehe ich die Schlinge etwas länger, mache den ersten Umschlag und steche in diese fünfte Luftmasche ein. Ich gehe zurück zur Masche, steche in die Masche ein und hole mit dem Faden durch die Masche nach vorne und ziehe diesen lang. Die Schlingen bleiben auf der Nadel. Ein zweiter Umschlag. Wieder in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne ziehen. Ein dritter Umschlag. Wieder in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne ziehen. Und ein vierter Umschlag. Wieder in dieselbe Masche einstechen und den Faden nach vorne ziehen. Jetzt hole ich den langen Faden durch alle Schlingen, die auf der Nadel sind und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Eine Luftmasche und jetzt häkle ich noch eine Knospe mit vier Umschlägen. Ich ziehe die Schlinge wieder etwas länger, mache den ersten Umschlag und steche jetzt in die Masche ein, die die Knospe zusammenhält. Also nicht in die Luftmasche, die ich gerade gehäkelt habe. Ich gehe zurück zur Knospe, steche in die Masche ein und gehe unter beiden Fäden durch. Und hole mit dem langen Faden durch die Masche nach vorne und ziehe diese lang. Ein zweiter Umschlag. Wieder in dieselbe Masche einstechen. Ich gehe wieder unter beiden Fäden, hole mit dem Faden nach vorne und ziehe diesen lang. Ein dritter Umschlag. In dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne ziehen. Und ein vierter Umschlag. In dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne ziehen. Den langen Faden durch alle Schlingen ziehen, die auf der Nadel sind und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Wir haben jetzt hier zwei Knospen. Hier ist die erste, hier die zweite. Ich gehe zur ersten Knospe und in der Masche, in der ich diese Knospe gehäkelt habe, häkle ich jetzt eine Kettmasche. Und jetzt arbeiten wir hier den ganzen Weg zurück. Fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Hier ist meine fünfte Luftmasche. Nochmal fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Ich gehe zurück zur fünften Luftmasche. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Steche in diese fünfte Luftmasche ein und häkle eine Kettmasche. Und nochmal fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Hier ist die fünfte Luftmasche. Nochmal fünf Luftmaschen. Nochmal fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Und ich gehe zurück zur fünften Luftmasche und häkle auch hier eine Kettmasche. Jetzt zehn Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, und hier ist die Masche, in der ich das Ganze jetzt gestartet hatte. In diese selbe erste Masche häkle ich eine feste Masche. Und der erste lange Strang ist fertig. Jetzt häkle ich fünf feste Maschen. Die nächste Masche überspringe ich und ich gehe zur übernächsten Masche. Und hier häkle ich die erste feste Masche. In der nächsten Luftmasche die zweite feste Masche. In der nächsten Luftmasche die dritte feste Masche. In der nächsten Luftmasche die vierte feste Masche. Und in der nächsten Masche die fünfte feste Masche. Hier häkeln wir jetzt den kleinen Strang. Und diesen starten wir nicht mit zehn Luftmaschen, sondern mit fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und hier ist meine fünfte Luftmasche. Nochmal fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Ich gehe zurück zur fünften Luftmasche und häkle eine Kettmasche. Fünf Luftmasche. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Hier ist die fünfte Luftmasche. Nochmal fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Ich gehe zurück zur fünften Luftmasche und häkle auch hier eine Kettmasche. Fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt häkle ich eine Knospe mit vier Umschlägen. Ich ziehe die Schlinge etwas länger, mache den ersten Umschlag, steche in die Luftmasche ein, in diese letzte Luftmasche und hole den Faden nach vorne und ziehe diesen lang. Zweiter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne und holen Librarythenic. Dritter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Vierter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne und holen. Den Langfaden durch alle Schlingen ziehen und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Eine Luftmasche und jetzt häkeln wir die zweite Knospe mit vier Umschlägen. Ich ziehe die Schlinge lang, mache den ersten Umschlag und gehe runter zur ersten Knospe. Wieder in der Masche, die diese Knospe zusammenhält. Ich gehe wieder unter beiden Fäden durch einstechen, Faden durch die Masche nach vorne ziehen. Zweiter Umschlag in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne ziehen. Dritter Umschlag in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne ziehen. Vierter Umschlag in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne ziehen. Den Faden durch alle Schlingen ziehen, die auf der Nadel sind und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Hier ist die erste Knospe, hier die zweite. Ich gehe zurück zur ersten Knospe und in der Masche, in der ich die Knospe gehäkelt habe, häkle ich jetzt eine Kettmasche. Und jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Fünf Luftmaschen. Und hier ist die fünfte Luftmasche. Nochmal fünf Luftmaschen. Ich gehe zurück zur fünften Luftmasche und häkle eine Kettmasche. Und wieder fünf Luftmaschen. Hier ist die fünfte Luftmasche. Nochmal fünf Luftmaschen. Ich gehe zurück zur fünften Luftmasche und häkle eine Kettmasche. Und wieder fünf Luftmaschen. So, und jetzt gehe ich runter zur Masche, mit der ich diesen Strang gestartet habe. In dieser selben Masche häkle ich eine Kettmasche. Und der kurze Strang ist fertig. Ich werde jetzt nicht das Ganze nochmal wiederholen, so wie ich es üblich mache, weil wir jetzt wirklich 36 Grad hier haben. Die Fenster sind geschlossen, damit die Geräusche von außen nicht hörbar sind. Und die Hände kleben natürlich durch die Hitze. Das heißt, die Wolle gleitet gar nicht so richtig durch die Hand. Aber es ist das gleiche Prinzip. Das heißt, jetzt häkeln wir wieder fünf feste Maschen. Hier stechen wir jetzt gleich in die nächste Luftmasche ein. Häkeln die erste feste Masche. Dann die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte feste Masche. Die fünfte feste Masche ist immer entweder über dem Motiv hier mit den fünf ganzen Stäbchen in der festen Masche. Oder in der festen Masche, die über den Solmunknoten ist. So, hier haben wir einen kurzen Strang gehäkelt. Das heißt, hier starten wir mit dem langen Strang. Und das ist der mit den zehn Luftmaschen. Es geht wirklich ganz, ganz einfach. Und das Ergebnis ist wunderschön. Ich häkle das jetzt erstmal fertig und dann schauen wir, wie das Ganze aussieht. Die Bordüre ist gehäkelt und der Schal ist jetzt komplett fertig. Und der ist wirklich sehr, sehr hübsch geworden. Das war es für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wieder ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren. Es werden noch viele weitere schöne Videos folgen. Ich freue mich über ein Like und einen netten Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.